Ah! Gott! Zuhauf! Wär jetzt halt wieder so einer von den Momenten, wo es doch ganz gut wäre, wenn Frank ein paar mehr CPUs eingebaut hätte. Aber okay. Ich dachte, die bringen nur mehrere Dinger pro Tick. Ja, eben. Mehr Geschwindigkeit. Was machst du denn jetzt alles gleichzeitig? Kannst du denn die 18 noch gleichzeitig machen? Ich brauche noch eine Sache, nämlich die 16M Storage für die Quest. Ja, heißt die Crafting CPU nicht eigentlich nur, dass mehrere Sachen gleichzeitig pro oder alle drei Ticks gemacht werden? Ja, aber ich meine diese 16M Storage, die besteht aus mehreren Unterrezepten. Ich brauche halt das Lithium, die Storage Segments, die Prozessoren, die ganzen Cluster und so weiter. Ach, das kriegst du schon hin. Ich glaube an dich. Übrigens, glaube ich, wäre es unglaublich schwer, wenn wir zu viert kämpfen, für mich den letzten Schlag auszuüben. Vor allem, weil das Scheißschiff liegen kann. Du doch auch. Na, später nicht mehr. Hast du irgendwie die Sludge-Produktion ausgeschaltet? Ich? Nö. Oder schaltest du das Teil selber einmal wieder an? Nö, ich habe es jetzt einmal angeschaltet und nicht mehr ausgeschaltet gehabt. Vielleicht bleibt es daran. Hm. Kann auch sein. Ist auch egal. Passt alles. Okay. Ich wollte hier hingehen um... Ah ja, klar. Da oben hin. Da ich ganz viel sterben werde, möchte ich mein Level aber ungern verlieren. Wir haben doch noch Tanks. Ja. Kann man die da rein tun, oder wie? Ja. Sehr cool. Liquid XP. Wo knall ich den Kram denn am besten hin? Es wäre wirklich wichtig, dass wir die ganzen XP einfach gemeinsam lagern. Ja. Und dann einfach immer was rausnehmen, wenn wir es brauchen. Wow. Es ist zwar irgendwie voll greedy und so, weil es sofort leer sein wird, aber... I mean, hey. Besser ist sie irgendwann zu verlieren, weil man sich denkt... Hm. Ich explodiere mich mal mit dem Creeper. Nö? Aber ich finde es schön, dass man die Tanks so wundervoll am Morph bauen kann. Dezente Ignoranz. Verstehe ich gar nicht. Wie kriegen wir da die XP jetzt rein? Über den XP rein. Über den XP rein. Und die CP aus? Die gibt es hier nämlich nicht. Eigentlich schon. Hm. Wir haben doch hier irgendwo eine Enchanting Table, oder? Nein. Da steht nirgendwo rum. Weil dann enchant ich schnell auf Level 3 meine Arme. Ja, du musst wissen, ich habe nur 7 Level, deswegen kann ich alles noch auf Level 1 enchanten. Ja, besser ist gar nichts. Du kannst Protection 1 drauf kriegen. Ja, oder Respiration. Hm. Ja, ist besser als nix. Haben sie auch wieder rausgenommen. Wo ist denn der Crafting Table? Eine Enchanting Table dürften wir sogar haben. Wo hast du dich hingedrückt? Ja, beim Teich. Ah, beim Teich. Bei uns am kleinen Teich. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt da einmal Protection 1, Protection Child, Protection Blast, Protection und jetzt nochmal. Ist ganz okay. 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 Ganz viel Futter mitnehmen. Protection 1 ist schonmal super. Protection 1 ist schonmal super. Protection 1 ist schonmal super. Das ist nicht so sehr. Aber Futterfalling 1 ist schonmal super. Aber Futterfalling 1 ist das gefällt mir auf jeden Fall, falls ich irgendwo herunterfallen sollte. Und nochmal ein paar Kartoffeln, die können wir braten. Ja. Ich überlege gerade, wo sollen wir denn eigentlich schwören? Im Nether. Ah, neben den ganzen anderen tödlichen Viechern. Super. Ja. Ja. Ich meine wo sonst, ne? Stimmt schon. Essere Idee? Eben. Haben wir noch Soulsend oder müssen wir den erst machen? Ich habe schon Soulsend. Okay. Ich will dann wenigstens vorher noch meinen ganzen wertvollen Sojaboden hier reinlagern. Und ich will meine Herzen eigentlich auch. Ja, du hättest in der ganzen Zeit, in der wir geredet haben, Äpfel farmen können. Ja, ich war ja mit anderen beschäftigt. Das machst du jetzt bitte nicht mehr. Eine Sache muss ich noch machen, ich muss mein kurzes Questbuch wieder hier rausholen. Dann kämpfe ich aber auch nicht so krass mit, weil ich keinen Bock auf Sterben hab. Achso. Denkst du, wir haben Bock auf Sterben? Ja, ihr habt ja doppelt so viel Leben wie ich. Wie viel Leben hast du denn momentan? Ähm, vier rote, fünf gölbe, ein grünes. Hm. Ja, ich meine, ich muss ja eh am ehesten kämpfen, weil ich ja eigentlich den Looting-Schlag machen wollte. Ich weiß ja eh nicht, ob's funktioniert, aber wenn's funktioniert, wär's schon irgendwie echt irgendwie geil. Wenn's bei dir so laggt, weißt du, bist du dir sicher, ob das so funktioniert? Ich denke, jetzt machen wir eher in einem möglichst geschlossenen Raum, hm? Meinst du, bei dir lagst es weniger, Frank? Ich hab das nicht gesagt, ich meine, vielleicht gibt's das 7 Minuten weiter oder so. Einfach jetzt nur für den einen Schlag. Achso, die Antwort. Ach, ich seh grad theoretisch, wir haben sogar eigentlich doch ziemlich, auch alle Lifesteal auf unseren Schwertern drauf und so, ne? Ja. Wir können da eigentlich gar nicht verlieren, wenn wir nicht in Lava gekickt werden oder so. Nimm Fire Resistance Potion mit. Oh, das auch noch, ja. Ähm, ja, ich nehm meine Bound Blade mit. Okay. Dürfte ja stärker sein, oder? Mehr Schaden machen. Weiß ich nicht, wenn's mehr drauf ist als auf deinem Schwert, ja. Mach mal bitte Versuchskaninchen. Da steht zwölf Schaden drauf, also, ne? Ja, aber ich weiß ja nicht, ob da irgendwelche Modifier sind. Wieso ich? Weil du jetzt dran bist. Okay, Moment. Ist okay, ja. Zwei. Das war ein Herzschaden. Moment, aber ich hab hier noch irgendeine... Okay, ja, ja. Okay, passt. Warte, ich lad mal das Ding hier auf. Fünf. Ja, das waren... Das waren zweieinhalb. Okay. Ja, dann nehm ich doch lieber mein anderes Ding mit. Jetzt ist er endlich erst im... äh, hier... ...kompatibel geworden. Aber kann ich mal kurz, ähm, dich auch mal schlagen? Ja, klar. Wollen wir mal schauen, wie viel Schaden das wirklich bei mir macht. Schaust du nach? Äh, du kannst es lesen bei mir. Wie viel Schaden waren das jetzt? Zweieinhalb, oder? Ich kann... ich kann das nicht gescheit sehen. Du musst es lesen. Du siehst das mit nem Kursor, wenn du über mich drüber siehst. Ja, da oben zweieinhalb waren das jetzt mit Schaden, das hat gepasst, okay. War in Ordnung. Zweieinhalb Schaden ist problemlos, super. Ja. So viel wie meine ultrageile Battle-Aggs. Aber mein Schwert hat dafür einen Piston aufgesetzt, das ist so sinnlos, dass das schon fast wieder cool ist. Das ist... das haue, ja. Vor allem, weil... Ich hab die Reihenfolge ja so ein bisschen komisch gesetzt. Weshalb... Der Flammen-Aufsatz von dem Schwert, also dieses... Ich hab ein Schwert mit Auto-Smelt einfach, ne? Egal, es gibt aber auch Feuerschaden, deswegen hab ich das raufgepackt. Ähm... Dieses Feuer-Smelten... Feuer-Smelten, ja. Das liegt jetzt... Über dem... Bildchen für den Piston. Was irgendwie den Piston so bisschen verdeckt, das ist so komisch. Genau wie nämlich der Aquatic Bone, der da drangeschraubt ist, ist jetzt auch das Spinnen-Auge verdeckt und ein bisschen vom Moos verdeckt und... Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich wär soweit. Gut. Aus. Ja, klar. Haben wir schon den guten Platz im Netz? Ja, hab ich schon gemacht. Ach, du bist schon im Neta, oder? Ich war grad schon da und bin wieder zurückgekommen, ja. So, und da ich ja kein Antwort bekommen hab auf die Frage, ob wir das besser im geschlossenen Raum machen, hab ich's nur im geschlossenen Raum gemacht. Ja, es wird eh einiges zerstört werden. Neta-Rack als Boden ist eigentlich eh... Schei... Nebenbei, der explodiert doch beim... Machen doch eh... Beim ersten... Erwecken von ihm. Explodiert er doch eh erstmal in einem riesen Radius. Ja. Nicht riesig. 3x3x3. Oder 5x5x5x5. 5x5x5. 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 5x5. 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 Es ist nicht durch. Ja, was ist das für'n kack? Ich muss durchsprinten. Sprinten? Ja. Nee geht nicht. Haben wir doch... Nicht hier noch irgendwo... Cobbleslab. Machen wir... Bis der auflädt, bleibe ich aber erstmal den Teil hier fern. Sicher. Ja, komplett unbe... Achso, Feuerresistance können wir ja eigentlich jetzt schon trinken, ne? Ja. Sollen wir den eigentlich auch. Hat Ostemien noch Werflug dabei? Nein. Ja, ja. Flug habe ich weggelassen. So, Regeneration kann ich jetzt auch schon trinken. So. Okay, Flug, wer auch immer das will. Ich reiche Flug mal nach hinten weiter. Ich reiche auf 20 Minuten, braucht man das nicht unbedingt. Flug ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ja, willst du das haben? Weil, dann bleibe ich im Boden. Ich bin so weit. Setzst du den Block? Ihr seid auch fertig da hinten? Ja, ja, ja. Oder du musst mal den Kopf zuletzt setzen. Ja, du musst den Kopf zuletzt setzen. Ich habe Angst. Wovor? Vor dem da. Lauf, 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 lauf. Ja, der schießt uns ab. Sieht ein bisschen doof jetzt. Deswegen gehe ich hoch zu Frank. Können wir jetzt überhaupt nicht angriffen. Dead-Geräusch. Der kriegt doch schon Schaden. Ja. Das ist ihm mal ein bisschen Schaden. Hängt in der Decke. Ja, ja. Passt. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Dann haue ich ja den letzten Schlag rein, dann passt alles. Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück. So. Oh, das ist der Autoballon. Der ist so überhebisch. Der, der, der heilt dich ja auch nebenbei. Ja, ein bisschen, aber nicht genug. Das Ding ist eigentlich, normalerweise, wenn er Blobs Schaden kriegt, dann macht er eigentlich eine Explosion, dass alle Blobs zerstört werden. Dann wurde das ausgeschaltet. Das schere ich ja aus, das weiß ich mal nicht von den Mod-Autoren. Das glaube ich irgendwie nicht. Nein, du hast ja Bock-Briefing ausgenommen. Ach so. Weil hier oben ist ja kein Bedrock, ne? Wie lange hält dir dein Schwert noch? Oder deine Axt? Aber da ist Lava oben übrigens. Oder, ne, zumindest. Ja, komm, das DART viel zu lang. Wollen wir einfach reingehen und kämpfen? Ja. Ist ja langweilig. Läu. Ui! Ich, 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 ich allein. Ja. Ja. Ja, gut. Und? Einer? Oder mehrere? Das war nur einer. Aber Miniatur, Miniatur Yellow Heart. Und ein, ähm, Division Sigil nochmal. Gut. Hast du nochmal was da, dann können wir es nochmal machen. Äh, ich gehe mal was holen. Ansonsten, ansonsten kann ich die Viecher hier auch einfach farmen, das ist kein Problem. Ja, klar. Gut. Also waren wir jetzt viel zu Overkill drauf. Ja, man kommt, das, das könnt ihr euch aber echt nicht wissen. Er lieber so als andersrum. Stimmt, ja. Deswegen ging es dann auf Markus, aber damals, weil er auch Map-Griefing raus hatte. Ach, äh, stimmt. Logisch. Kann sein. So, äh, Soul Sand, wäre schön, wenn das einer von euch machen könnte. Ich weiß nicht wie. Also macht das jemand von euch beiden. Ich guck mal, vielleicht finde ich sowas. Ach klar, das Soul Sand liegt hier ja rum, das können wir einfach abbauen. Ja. Haben wir nicht sogar diese Ultra-Shuffle da? Äh, Shuffle auf die Erste-Mover haben wir nicht, nein. Boah, ich hasse es, dass man da nicht durchgehen kann. Hm. Ich mach da jetzt. Ich mach da jetzt. Warum ist er auf dir drin? Ich? Ne, Markus. Wo drin? Ich hol jetzt meine Schaufel. Äh, ich brauch... Ich kann ja fliegen, stimmt. Ah ja, ich auch grad. Ja. Weil ich eigentlich dachte, dass wir jetzt zurückgehen. Bitte? Haben wir noch Wither Skies dabei, oder wie? Habe ich grad mitgenommen, ja. Okay. Wie viele? Genug über. Ja, 58. Sehr gut. So, Diamantschaufel. Also, so ein paar bräuchten wir halt schon. So, fünf, sechs Stück. Also, Sterne. Klar, klar. Ja. Deswegen mein ich ja, kann nicht die Farmen problemlos. Ja, ich mach das jetzt grad per Hand, den Soulcent. Das geht ultraschnell. Klar, aber wenn du jemanden Schaufel hast, geht's nochmal ultraschneller. Ähm. Ich sammle mal so 20. So, dann hab ich jetzt... Ich hab jetzt 30. 30 was? 30 Soulcent. Reicht locker. So, das reicht fürs Erste. Okay. Ja, gebt ihr die mir? Plus die Köpfe, oder? Ähm, ach, du willst das Lai machen, okay. Reicht ja, oder? Könnt ihr euch was Besserem zuwenden? Ja, ich bleib jetzt da nochmal. Ein, zwei, wird er da, und dann... Ja, ich glaub ich auch. Wie ihr meint. Ein, zwei Mal noch, einfach so. Übrigens, du hast exakt 50 Leben mit mir angezeigt. Hab ich auch. Ähm. Wo war das Loch da? Geradeaus, direkt durch. Doch. So, bin da. Ach, der nächste wird schon gespawnt. Ja. Mal gucken, ob das genauso funktioniert. Es zieht hoch und... Aua. Ja. Ähm. Äh, wer blöd... Äh, so, wie, was hier? So. Wird schon dran, also... Ja, ja. Ja, der ist schlecht. Cool. Äh, hier kriegst du mal ein bisschen Soul Sand. Noch ein Red Heart. Naja, ich kann hier... Oder sollte es nicht einer von uns machen, damit kann's... Na wohl. Nene, ist schon besser so. Ihr habt eigentlich alle wirklich was zu tun. Ich hab recht wenig zu tun gerade. Ich, ich. Viel Spaß. Wobei ich eigentlich auch nur... der Sklave der Maschine bin. Oh, okay. So war das in Ordnung. Äh, das ist langweilig, ne? Man hört sogar in der Overworld das Geräusch. Ja. Körpern überall. So wie lang kann ich jetzt noch fliegen? 13 Minuten, okay. Vor allem, ihr werdet es mir nicht glauben, aber das ist eine super... ein super Weg, um Level zu fahren. Ja. Weil der... Weil der... Lügen. Alter. Stimmt, ich wollte mir ja eigentlich noch eine Perlenkette machen. Dank dem brenne ich durch meine Kartoffeln wie sonst nichts, ne? Peng. Der Nächste. Das werdet ihr noch ein paar Mal hören. Ne, das Sterben hören wir nicht mehr. Nur das Spawn. Nein, ich ja. Alter, wieso bleib ich immer an dieser blöden Tür? Weil's geht. Ja, das ist das Problem. Warum ist da ein Creeper? Geh weg. Die Donnie. Ach, fuck. Jetzt hab ich mein Napsack im Nether vergessen. Geh so. Den hab ich extra abgelegt. Brauchen wir eigentlich noch irgendwie Enderperlen? Ne, ne? Nö. Ähm. Nicht, dass ich wüsste. Weil dann sind die Enderlilies hier oben eigentlich ziemlich groß. Weil doch eigentlich schon für den ganzen Endstone-Kram. Hm. Dafür auch nicht. Dann ernte ich die mal. Aber man muss sagen, es ist schon irgendwie schade, dass, ähm... das Looting hier nicht auf dem Reiser funktioniert, ne? Mhm. Der Reiser ist so niedlich, wenn man ihn so bekämpfen kann. Ich muss den Reiser uns auch vollautomatisch machen. Will ich aber nicht. Hm, gut. Ach ne, jetzt kiesst er Molten Obsidian raus. So ein Hund. Recht berechnet. Nämlich an. War was? Okay. Löde. Okay. Ich krieg ne Küste. Oh, so ein Wither-Skinnet hat schon echt viel Leben. Eigentlich, so ein Wither-Vieh. Hm. Päng. Schon wieder. Eigentlich war das jetzt wieder blöd. Ach, was soll's. Übrigens, ähm, wofür sind diese Division-Stages eigentlich gut? Für... Was soll's? Nein, ich will den Skull nicht auf die Wand hinter dem Soul Sand platzieren. Das bringt nämlich nichts. Mhm. Fehlt da uns noch irgendwas? So, das Quotes. Müssen wir doch eigentlich noch was von haben. Bei den Bienen können wir doch noch ne Quest abschließen, oder? Ja. Für diese Work-Harder. Da bin ich ja grad drüber, aber ich wollte da hinten die Energie haben. Ach so. Deswegen mach ich grad Enderium und dann... Äh... Weiß schon. Joa. Selber Ding. Ding. Untertitelung des ZDF, 2020